Was geht ab, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XV. Wir machen jetzt weiter. Hier immer noch mit dieser Infiltrations... Ist das so richtig? Mission. Wir müssen auf jeden Fall dem Typen da jetzt folgen. Und die Base infiltrieren. Wir sollen den Typen als Geisel nehmen, aber irgendwie bugt das hier gerade ein bisschen rum. Weil der Egnis, der gibt mir den Befehl, wen ich ausschalten soll und wen nicht. So, der bleibt jetzt hier aber erstmal stehen. Und dann ist der gleich auf einmal weg. Und, äh, ja. Und egal, wo ich bis jetzt lange laufen bin, immer macht der dann die Faxen, von wegen, dass ich gesehen werde. Und dann ist die Sache direkt aussichtslos. Ich habe jetzt nochmal eine andere Idee. Okay, wir werden den jetzt mal sofort killen, hier, den Typen, wenn der die 50 Meter erreicht hat. Weil ansonsten ist hier keiner mehr. Richtig? Ja. Doch, da oben, aber der sollte uns eigentlich nicht sehen. Heißt, wir geben denen sofort von hinten Zucker. Und zwar... Jetzt... Ist er tot? Ja. Okay. Warp-Angriff ausschalten. Machen wir jetzt auch. Okay. Er vertraut ihr auf menschlicher Ebene sein. Da ist nur Warp-Angriff. Warp-Ausschalten. Okay. So, haben wir jetzt noch irgendwo hier so einen Speer. Der da hinten. Warp-Ausschalten. Okay, aber dafür lassen wir den jetzt erstmal ein Stück vorher. Ich mache das jetzt einfach auf eigene Faust. Wollen wir da noch einen? Nein. Ja, doch, da ganz hinten. So. So. Weil irgendwie, äh... Kriegt der Egnis das nicht wirklich geschissen. Warp-Ausschalten? Lol, aber der guckt da voll hier hin. Ich denke, das geht nur von vorn... Äh, von hinten. Wenn der Moment mit mir in Lasthallum durchgegangen ist. Den Butler hätte ich nicht töten müssen. Aber das gibt dieser Araneer noch lange nicht das Recht, sich den verdammten Prinzen vor ihren General zu schnappen. Aber da steht, worauf ausschalten? Dann probieren wir das jetzt einfach. Ach so, der stand andersrum. Okay. Alles klar. Ja, ich würde sagen, scheiß auf Wignis. Wir machen das Solo. Solo, weil wegen YOLO. Okay. Da kann ich mich hochworpen. Da aber auch. Machen wir das mal. Wo sind die? Okay, da ist wieder Warp-Ausschalten. Warp-Ausschalten. Andert sind zwei. Das wird, glaube ich, ein bisschen tricky. Versuchen wir mal, erstmal hier hoch rüber zu laufen. Oder sind hier noch irgendwo Feinde? Die zwei. Da ist noch einer. Und das sind dann die beiden, die zu dem gehören. Okay, dann könnte ich mich eigentlich da hinwarpen. Probieren wir das. Jawohl. Okay. So, wenn der Typ weg ist, dann versuchen wir uns da hinten hin zu warpen. Weil die beiden kann ich nicht ausschalten mit dem Warp-Angriff. Ja, ich kann mich auch da hinwarpen. Machen wir das mal so. Ja, der Ignis ist irgendwie ein bisschen buggy. Ah, jetzt auf einmal. Und denk dran. Wir brauchen ihn lebend. Ja, ich weiß. Ach so. Überwältigend. Zack. Hab dich. Du Ficker. Gut gemacht, Nockt. Weiter so. Ja, easy. Kein Problem. Aber danke für deine Befehle. What? Ah ja, das ist, äh, das sind die anderen beiden. Ich kümmere mich um Kaligo. Alles klar, bro. Okay, sei vorsichtig. Okay, ich denke mal, ich muss, ich soll hier lang, weil der direkt die Richtung gewählt hat. Zack. Oh fuck. Magitek. Scharfschütze erledigt. Okay, der noch mal auf. Uh. Wo kommen die denn her? Alles klar, hab ich. Du hast ja noch einen Typ, der gerade auf mich geschossen hat. Keine Ahnung. Egal. Oh wow. Ach, da ist wieder so eine fette Maschine. Oh, das geht jetzt. Oh, die hat Damage gemacht. Das ist mal weg hier. Oh lol, da ist noch so ein Soldat. Wow. Das wollte ich, glaube ich, gar nicht. Äh, der da hoch. Ich will das Ding bedienen. Wo ist das Ding? Ah, da. Okay. What the fuck? Alles klar. Der Dreht auf das Ding gezielt. Oder beziehungsweise auf mich. Oh, so weit wollte ich nicht. Ich muss hier, glaube ich, ins Gesicht springen. Das macht am meisten Damage. Ich muss hier noch mal so eine fette Kombo von oben. Komm mal, da haben wir ihn. Okay. Sonst können wir hier den Slenderman. Mag ich Tech Slender. Sender. Kaputt machen. Das ist ja. Ach so, Sender zerstören. Kann man auch einfach. X gedrückt halten oder was? Nö, doch nicht. Habe ich den schon kaputt gemacht? Jo. Das war schon. Sonst wart ihr erfolgreich. Oh lol. Das heißt, den auch einfach. Wurzeln, den Dazio Jägern übergeben. Und lol. Doch eben haben sie mich kontaktiert. Ihm ist die Flucht gelungen. Ey, ist doch nicht wahr. Dein Ernst? Das nächste Mal kriegen wir. Was kann man denn eigentlich machen lassen? Erstens ist der verbuggt mit dem... Von wegen, ich gebe die Befehle an. Ist ja total verbuggter Typ. Und dann... Was, verbeult das Schlüssel? Und dann gibt er den Typen ab und verkackt hat auch noch. Oh man ey. Der Typ ist ja geil. What the fuck, was ist das? Äh, hallo? Wer ist das? Oh fuck, die hat ne Megalanze. Alter was? Was ist das? Die hat einen geilen Ausschnitt. Arena Highwind. Äh, fucking mieser Bossfight. Okay, die ist Level 26. Wir gehen einfach mal rein. Vollgas. Okay, die gibt mir. Ey, die gibt mir, ey. Hallo? Jungs, Jungs, Jungs. Die Alte gibt mir, ey. Was macht die? Mieser Angriff, Alter. Holy shit. Aber... Na gut, die macht nicht viel damage, aber... Alter, die hat einen riesen... Riesen kannst du... Oh wow. Da macht die viel damage, okay? Alles klar. Und pass auf, ich gebe dir jetzt mal richtig so ein... Exekutiven Kollege. So, lass uns die mal richtig fisten, hier, Alter. Richtig Gangbang. Ich komme da nicht. Ey, die hat Kollegen rufen die Sau. Weg mit euch. Wo ist die Alte? Oh, guck mal, die tut da oben. Oh, jetzt gehen wir denn mal hier. Oh lol, die ist weg. Krieg die trotzdem damage, wenn ich da jetzt hoch spring? Musst ja. Na oben. Okay. Wo ist die, Alter? Die hüpft hier rum und so. Warte mal. Jetzt gehen wir den mal. Oder gibt der uns für ein Element? Feuer. Toll, und ich habe das Feuerschwert nicht, warte. Rüsten wir das mal eben aus. Ratschneider raus, Feuerschwert rein. Die gibt mir in der Luft ein. Ich muss das Schwert auch aussehen, ne? Ja, pass auf, die Bitch. Das kriegst du sie. Warm. Wäre geil, wenn ich die Dings kriegen würde. Die, die Lanze von der. Ja, die haben wir jetzt. Ja. War Hexel. Na, jetzt macht die so ein Finishing-Move, oder was? Boah. Alter, dieses. Schwert geht richtig ab, Alter. Okay, die ist auf Feierabend. Wie bitte? Jetzt haut die ab, oder was? Mein Pensum ist erfüllt. Schluss für heute. Bin kein Fan von Überstunden. Die werden mir nämlich leider nicht bezahlt. Okay. Na dann, bis zum nächsten Mal. Mein süßer Prinz. Die sah aber ohne Scheiß. Die sah richtig geil aus. Sau. Wer zum Teufel war das? Alter. Ich will die Lanze von der. Kugelsicherer Anzug. Hoffentlich geht's ihres gut. Keine Sorgen, es stimmt. Lassen wir sie nicht länger warten. Er steht da und denkt erstmal drüber nach. Ah, okay, jetzt werden wir geportet. Unterkünfte. Das Übernachten in Unterkünfte kostet Geld. In Motel und Hotel gibt es einen Bonus auf erhalten EP. Ja, bla bla, Stufe beschleunigt wird. Bla 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 bla. Ja gut, da kennen wir ja. Leute, ich schneide da draus. Im Nachhinein. Habt ihr es ihnen gezeigt? Ja. Hä, Kinderspiel. Darf ich später vielleicht zu euch aufs Zimmer kommen? Oh lol. Iris will zu uns aufs Zimmer kommen. Noch zu Heide, oder was? Okay, wir müssen direkt pennen. Ich hab keine andere Wahl. Na gut, okay. Zwei Tage vergangen. Leute ohne Scheiß, was das zu bedeuten hat, müsst ihr mir mal schreiben. Was hat das zu bedeuten? Zwei Tage vergangen. In welchem Zeitpunkt muss ich pennen gehen, oder? Okay, wir haben auf jeden Fall massig EP angesammelt. Nice, Alter. Wann jetzt zwei Level? Ich glaub ja, zwei Level 55. Oh, das Foto ist gut. Nicht wahr? Nein, ich will das Foto nicht speichern. Ich hab nämlich momentan die übelste Platzprobleme. Und das überall. Auf meiner PC-Festplatte, auf meiner Playzifestplatte, überall ist das eng. Oh man. Ja, ich hatte ja jetzt eine Woche Urlaub gehabt. Und deswegen ist das alles momentan so ein bisschen enger geworden, weil ich dann halt natürlich viel zocken konnte und ein bisschen was im Voraus geschafft hab. Ähm, wir nehmen mal hier den Titanreifen raus. Dann denke ich mal und gucken uns mal hier die kugelsichere Weste an. Ach lol. Die ist ja in Niflheim hergestellte Weste zu einem gewissen Grad kugelsicher reduziert ballistischen Schaden. Ah, ist aber voll schlecht, dann lassen wir das. Okay. Ähm, zum Cup begeben. Okay, ja, das will ich machen. Dann fahren wir mal mit dem Regal, ja? Zum Cup fahren lassen, ja. Oder war hier noch was? Ja, wir könnten jetzt halt hier, ähm... Was ist das für ein Zeichen, Alter? Imperiale Basis, okay. Aber wir hatten doch schon mal so eine Basis. Ah, da, jo. Tatsache. Cool. Ähm, ja, warte mal. Erstmal kann ich den Wegpunkt schon mal löschen. Nein, löschen. Okay, geht nicht. Okay, alles klar. Ja, Ortschaft, wir haben jetzt gemerkt. Ja, die Ortschaften gucken wir uns alle mal ein andermal an. Weil, wie gesagt, wir sind ja jetzt erstmal hier auf der Mission und dann machen wir die jetzt auch erstmal weiter. Straight. Okay, fahren wir los? Richtig schön. Straight erstmal questen. Vor allen Dingen die, diese Highway, Highwind. Okay, auf geht's. Das fand ich irgendwie geil. Also die sah erstens fett von der Rüstung aus. Die hatte eine übelst geile Lanze und ein übelst geiles Dekolleté. Okay, davon will ich mehr sehen. Ja, Entschuldigung, ich bin halt auch nur ein Mann, ne? Ich fühl mich verarscht. Wir können von Glück reden, dass sie von selbst abgezogen ist. Ja, gegen die war Loki ein Klacks. Allerdings hat Kur damals mit uns gekämpft. Meinst du, mit ihm zusammen hätten wir gewonnen? Hä? Und die irgendwie... Sicher war das nicht unsere letzte Begegnung mit ihr? Von Kalkung oder so? Wir haben die doch voll kaputt gemacht. Boah, da wäre geil, wenn ich da hochkommen würde. Aber, wie gesagt, wir sind hier nicht bei Horizon. Bei Horizon ist es ja so, da kann man überall dahin, wo man hingucken kann. Das finde ich halt mega geil, dass man da überall hinkommt. Also, wenn man da zum Beispiel, man kann da oben jetzt den, ja gut, den allerobersten Fitzel nicht sehen. Aber man könnte ganz rechts an die Spitze dieses kleinen Astes wahrscheinlich hochklettern. Das ist halt mega geil und dort haben die, finde ich, bei Final Fantasy so ein bisschen, ja, ein bisschen verkackt, würde ich sagen. Die Leute von Square Enix. Ist zwar schade, aber hey, dafür hat Final Fantasy wirklich auch natürlich eine geile Optik, keine Frage. Und geiles Kampfsystem, dynamischer. Ja, weil das ist bei Horizon nicht so super, sag ich mal. Wenn es stimmt, was man sich über den Malmal am Wald erzählt, dann werden wir hier hoffentlich fündig. Nein. Wir fahren weiter, Jungs. Was ist mit euch? Ich hab gesagt, straight, Hauptquest, also sofort zum Cap fahren. Cap Keim. Was ist los mit euch? Dann halten wir nicht an irgendeinem Wald an. Dann hätte ich nämlich auch den Jagdauftrag da annehmen können. Ihr seid ein paar Muschis. Komische Vögel, ey. Bald geht ihr alle nach Altissia, nicht wahr? Haben wir vor. Habt ihr es gut? Das ist keine Urlaubsreise. Hallo, werde ich auch nochmal gefragt? Ja, richtig. Iris? Was ist los? Nichts. Es ist nur... Die Zeit mit euch war echt schön. Ich werd euch wirklich vermissen. Bestimmt hab ich Sehnsucht, wenn ich in Keim bin. Wovon redest du? Wir kommen dich doch besuchen. Stimmt's? Ja, echt. Vor allem, ich will überhaupt nicht nach Altissia. Also, vorerst nicht mehr. Glaub ich. Ich weiß gerade nicht mal, wo Altissia war. Okay, hier ist die Mücke schon wieder komisch. Wären wir gleich wieder irgendwie angegriffen oder so. Was geht? Normalerweise ist das der Ton, wenn die sicher kommen. Warum? Ignis fährt schon zu lange erst sicher erschöpft. Von mir aus? Ja, sonst schläft er uns noch hinterm Steuer ein. Hallo. Ich wünsch dir, ihr werdet auch so besorgt um mich, wenn ihr es nicht dabei ist. Ich werd gar nicht gefragt. Was macht er jetzt hier? Junge! Nein! Nicht halten! Weiterfahren! Robotti! Ich bin der König! Ich bin hier der Herrscher! Also, echt? Das ist... Ich hab gefurzt. Wir müssen an der Küste sein. Ja, nicht wahr. Ich hab gefurzt. Oh, wow! Ist das schön! Ach, wohl, Samir. Ja, voll. Und dann da hinten sind nur Bäume. Ich dachte, da steht wieder so ein riesiges Vieh. Ja, aber da find ich schon irgendwie geil, ne? Ich bin der König. Ich sag, wir wollen nach Kapkaim. Und was ist? Die wollen die Woll anhalten. Was für ein Ausblick! Dann sammeln die mir die ganze Zeit in den Ort. Also, irgendwie... Ist das nicht gerade Let's Play freundlich. Wenn der Let's Player nicht wirklich zu Wort kommt, in seinem eigenen Let's Play, finde ich schon ein bisschen schlimm. Naja, gut. Leute, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Soll ich die einfach quatschen lassen, oder soll ich, ähm... Wow, seht ihr die so riesige Brücke? Klar, schwer zu übersehen. Sie führt über einen der größten Flüsse der Welt. Wie wohl die Aussicht von der Brücke ist? Genau, der Rhein. Einer der größten Flüsse der Welt. Nein, Quatsch. Also, in meiner Umgebung ist es der größte Fluss. Was denn? Alter. Nein, hab ich gesagt. Kurva, wenn du jetzt noch einmal irgendwo anhältst, kriegst du die Kündigung, mein Freund. Dann kannst du als Bettler arbeiten. Du bist also fürs Kochen zuständig. Das bin ich. Gladi, hilfst du ihm nicht? Äh, äh... Nagt. Äh, gelegentlich. Ist mir neu. Ich helfe. Wichser. Ich bin fürs Tischdecken zuständig. Oh, wow. Du bist ein richtiges Mädchen. Eine tolle Arbeitsteilung habt ihr, Jungs. Ja, die sind schön anständig mit den Händen im Schoß. Ja, du hast es. Obwohl der Rock zwar ein bisschen kurz ist, aber hey. Danke fürs Fahren. Gerne. Hoffentlich geht das Talcat gut. Okay, da ist ein Abschleppwagen. Also, jetzt sind wir da. Okay. Wollte grad sagen, denn wir wieder einfach irgendwo eigenmächtig anhalten. So, dann schauen wir uns mal hier um. Ich würde sagen, wir würden auch erstmal auf die Karte gucken, ob hier irgendwie was ist. Da ist eine Angelstelle. Ein Refugium. Aber ansonsten sind hier erstmal noch keine Fundstellen oder so eingezeichnet. Okay, dann straight up zur Quest. So wie der König befiehlt. Nettes Türmchen. Steigen wir rauf? Sicher sehr windig da oben. Aber die Aussicht ist bestimmt... Oh, Sydney. Da seid ihr ja. Geht ab zum Pumpen. Hat den Wagen gehört und wollt euch begrüßen. Iris verlässt die Gruppe. Fortfahren. Scheiße, ja. Vielen Dank, dass ihr mich mitgenommen habt. Ja, kein Ding. Und jetzt auch... Und? Großvater schraubt am Boot rum. Das dauert sicher noch eine ganze Weile. Ist es kaputt? Naja, ein paar Teile sind hinüber. Das Boot hat schon bessere Tage gesehen. Ich denke, wir dürfen erst mal Bootsteile besorgen. So, ich bin der König, ich laufe vor. Obwohl, nee, gar nicht wahr. Ich laufe hinter der. Weil dann kann ich da so ein bisschen auf den Arsch gejern. Aber Großvater gibt nicht auf, ehe das Boot wieder in Schuss ist. Na, lauf. Allerdings braucht er ein paar Ersatzteile. Könntet ihr euch darum kümmern? Na, war klar. Was meint ihr? Ja, ich wusste es. Selbstverständlich. Etwas Hilfe hatten wir schon von Dustin und Martin. Was sind die? Die beiden haben fast alles aufgetrieben. Ich bin ziemlich beeindruckt von ihnen. Sie gehört nicht umsonst zur Königsgarde. Das Einzige, was die beiden nicht aufspüren konnten, ist ein seltenes Mineral namens Mitril. Hallo, Mitril kennt ihr aus dem anderen Game. Der kleine Stups aus Insomnia hat uns aber einen Tipp gegeben. Turcet? Genau. Der Junge ist echt nicht auf den Kopf gefallen. Am besten ihr fragt ihn. Er kann euch mehr sagen. Ja, Mitril habe ich aber auch schon mal gefunden. Wollen wir das eigentlich schon haben? Reden. Großvater ist unten am Boot. Nehmt's mir nicht übel, aber ich werde in der Werkstatt gebraucht. Tut mir leid, aber ihr kommt klar, oder? Aha. Hallo, Prinz Noctis. Das hier ist unser neues Zuhause. Bitte, tritt ein. Boah, die Hütte eintreten, oder was? Ich kann dir noch nicht sein neues Zuhause schon zerstören. Reden. Hat Tante Sidney euch schon erzählt, dass ihr für die Reparatur des Bootes ein Mineral namens Mitril braucht? Ja. Nördlich der Wasserfallhöhle gibt es einen See und eine alte Ruine. Dort gibt es angeblich Mitril. Oh, eine Ruine hört sich nach Königsverfahren. Das könnte wahrscheinlich sein. So, wir können hier rein. Öffnen. Okay, mal gucken, ob hier so drin ist. Und war das lila? Können wir hier pennen oder so? Haben wir ein Radio? Da ist Loot. Aufheben. Magie Flakon. Das bedeutet also, dass ein ganzer linker Arm durch eine Prothese ersetzt wurde? Richtig. Die Prothese hat man wohl angefertigt, während er zur Behandlung seiner Verletzungen in Gralea war. Die Magitek-Technologie, die das Imperium dafür verwendet hat, wurde bereits in der Antike als Antriebskraft eingesetzt. Man hat sie wohl in den künstlichen Arm des Oberkommandanten integriert. Die Prothese ist daher sicherlich nicht bloß eine kosmetische Korrektur, sondern verfügt auch über besondere Kräfte. Alles klar, mieser Cyborg und so. Hallo, Gladio. Ihr Wichser, ihr steht mir vor dem Weg, Mann. Okay, da oben können wir pennen. Da ist auch noch ein Loot. Aufheben. Egal, ja. Achso, ich will nicht übernachten. Haben wir ja gerade erst hinter uns. Da oben ist nix mehr. Okay. Also können wir hier in der Hütte nicht mehr machen. Okay. Dann können wir auch wieder raus hier. Ey, raus hier habe ich gesagt. So, mit wem muss ich jetzt reden? Weil hier ist ja noch die... Ähm... Ich bin fertig. Dann können wir schon wieder nicht weg. Äh, zurück. Okay, Aufgabe abgeschlossen. Klar, Schiff. 1000 EP. Süd. Ist okay, kann nicht mehr leben. Oder Elephor. What? Wie, der braucht Zeit für sich. Wird es mit dem... Gladio verabschieden, Gladio aufhalten, entscheiden. Den... Entscheidungen den anderen überlassen. Wollen wir da mal. Was hast du denn vor? Ich brauche etwas Zeit, um mich abzureagieren. What? Für was? Egnis hat 1500 EP erhalten. Lol, und was mit mir? Erwachen. Gladius hat die Gruppe verlassen. Was für... Wie, der braucht Zeit für sich. Was ist das denn jetzt hier auf einmal? Das ist doch mein Schild. Wieso kann der sich einfach absetzen? Und warum hat der 1500 EP gekriegt? Ich will auch. Holy shit. Was ist hier los, Alter? Irgendwie ist das... Machen die alle, was sie wollen. Ich habe überhaupt nichts mehr zu entscheiden. Ich warte noch auf den Tag, wo ich gar nichts mehr machen brauche. Okay, Kapitel 7. Drei sind einer zu wenig. Das Boot von König Regis ist schwer beschädigt. Für die Reparaturarbeiten wird ein seltenes Mineral namens Metrie benötigt. Mit dem wenig Auf... Mit dem wenig Anhaltspunkten, die Noctis und seine Gefährten haben, begibt sich die Gruppe zu einer Ruine im imperialen Besatzungsgebiet. Alles klar, der Rest fliegt raus. Und dann eh, Leute, wir machen jetzt hier ein Cut. Und machen danach direkt weiter. Ich muss mich beeilen wegen dem Ladevorgang. Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir eine Bewertung da. Bis später dann. Haut rein.